Die Stimmung ist super, es sind ganz viele gekommen aus Bergedorf und von meinen Freunden und Reiterkollegen und es ist richtig schön, jetzt wieder zu Hause zu sein und mit allen zu feiern. Ich bin sehr zufrieden, ich habe jetzt Gold, Silber und Bronze, alle Medaillen zu Hause von den Olympischen Spielen. Ich bin super zufrieden, mein Pferd ging fantastisch und ich freue mich jetzt auch wieder zu Hause zu sein. Jetzt kommen erst mal ein paar normale Turniere, sage ich mal, mit meinen jüngeren Pferden und was nächstes Jahr so ansteht, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin super, es geht auch wieder zu Hause, ich bin super, es geht auch wieder zu Hause. Vielen Dank.